Menschen über 60, die ein Jahr lang Widerstandstraining, also Gewichtstraining im Fitnessstudio mit ordentlichen Gewichten gemacht haben, haben vier Jahre später immer noch die positiven Effekte davon. Hallo, ich bin Timo Kaschel und das ist der Podcast Die Beste Entscheide. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass ich auch mit diesen Inhalten über diese Studie, die ich heute mal genauer unter die Lupe nehmen werde, dir zeigen kann, wie du bessere Entscheidungen für deine Gesundheit treffen kannst. Wie in der Einleitung schon gesagt, geht es hier um Sport und Übungen natürlich. Und wie immer habe ich gute Nachrichten zu diesem Thema. Denn sich bewegen hilft. Es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, irgendeine Form von regelmäßigen Training stattfinden zu lassen. So gilt es auch für ein wenig Training. Man versucht immer sehr herauszufinden, was ist die niedrigstmögliche Dosis, die ich machen kann, um irgendwie irgendeinen gesundheitlichen Effekt davon zu haben. Und dieser Effekt wird meistens gemessen mit, wer kann es vermeiden, frühzeitig zu sterben. Das ist natürlich ein Messwert, der nicht so toll ist für das tägliche Leben. Es ist natürlich schön, nicht frühzeitig aus dem Leben zu scheiden, aber da geht es natürlich um ein paar andere Sachen, nämlich die Lebensqualität, wie ich an diesen Lebensjahren, die ich denn habe, teilnehmen kann. Und in dieser Studie hat man nicht mal nach dem niedrigstmöglichen Werk gesucht, sondern mal geschaut, was passiert denn, wenn wir mal richtig gut trainieren. Und in dem Fall war das eben Krafttraining bei Menschen über 60, die also quasi im Rentenalter waren. Und die wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe mit Heavy Resistance Training, also mit Training, was ordentliche Widerstände hat. Dann ein mittlerer Widerstand, das war dann Körpergewicht und Widerstandsbänder. Und dann eine Gruppe, die nicht zu weiteren Aktivitäten angeregt wurde. Insgesamt waren das schon relativ aktive ältere Leute. Das ist natürlich immer ein bisschen eine Einschränkung dieser Studie, aber es ging hier um die Schrittzahlen. Und die waren so knapp unter 10.000 pro Tag, waren im Schnitt die normalen Schnittzahlen. Und Sport wurde jetzt nicht wirklich viel zusätzlich gemacht. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen im Rentenalter, die weit weg sind, diese 10.000 Schritte zu machen. Aber das waren so die Voraussetzungen dieser Studie. Und dann ging es eben in diesen drei Gruppen. Und in der Widerstandsgruppe haben sie ziemlich genau definiert, wie es nun vonstatten ging, das Training. Und dort sagte man, dass diese Leute, das ist jetzt sozusagen für viele Menschen, in Anführungsstrichen, die schlechte Nachricht. Denn in dieser Gruppe wurde dreimal die Woche im Fitnessstudio Krafttraining gemacht. Mit drei Sätzen und sechs bis zwölf Wiederholungen bei 70 bis 85 Prozent der Maximalanstrengung. Also so viel an einem Gerät, wie man mit einer Wiederholung maximal bewegen kann. Davon wurden dann 70 bis 85 Prozent genommen. Und das war der Trainingswiderstand. Davon wurden dann jeweils drei Sätze mit sechs bis zwölf Wiederholungen gemacht. Und das halt als Ganzkörpertraining. In der anderen Gruppe wurde, wie gesagt, ein bisschen so ein Zirkeltraining gemacht. Und das wurde zu Hause zweimal die Woche durchgeführt und einmal unter Aufsicht. Eben mit Körpergewicht oder den Widerstandsbändern, welcher Art auch immer. Und die dritte Gruppe, die war dann eben nicht weiter zu Sport angeregt worden. Und in der mittleren Gruppe waren es 50 bis 60 Prozent dieser Anstrengung. Und zwar für 10 bis 18 Wiederholungen. Und das Ergebnis zeigt dann ziemlich deutlich, dass die Gruppe mit den höchsten Widerständen auch den meisten Nutzen zieht. Und das ist natürlich eine interessante Konsequenz. Und dieser Nutzen war nicht nur während der Zeit, wo der Sport gemacht wurde, sondern hielt sie auch noch vier Jahre danach. Hier wurde jetzt nicht weiter gesagt, wie diese Leute über diese vier Jahre trainiert haben. Sie wurden nicht über die Studienperiode hinaus, also das eine Jahr, motiviert das zu machen. Ob sie es weitergemacht haben, konnte ich jetzt hier nicht daraus lesen. Aber auf jeden Fall waren die Effekte für viele der gemessenen Dinge noch vorhanden. Für einige nicht. Und das ist halt ganz spannend. Das heißt, erstmal sind diese Effekte natürlich wichtig, um langfristig Veränderungen im Körper zu erzeugen. Und Muskeln schwinden nun mal mit dem Alter. Sowohl im Umfang als auch in der Funktion. Und in dieser Studie wurde auch nicht festgestellt, dass die Muskeln im Umfang stark wachsen. Trotzdem war die Kraft besser. Und das ist ein Aspekt, auf den ich immer wieder mal hinweisen möchte. Es geht nicht darum, wie dick deine Muskeln sind oder welchen Umfang sie haben, um festzustellen, welche Funktion sie haben könnten. Denn die neurologische Steuerung scheint viel wichtiger zu sein als der Umfang für die tägliche Funktion. Eine Muskelanspannung musst du dir so vorstellen, dass sie eine unfassbar komplexe Abfolge von An- und Ausschalten verschiedener Muskelfibrillen und Sarkomere, also der kleinsten Einheit dieser Muskeln ist, die immer wieder einmal eingeschaltet werden, kurz ausgeruht, wieder eingeschaltet werden in einem zyklischen Verfahren, so dass alle Muskelfasern rundweg ungefähr gleich beansprucht werden. Und das erfordert eine hohe Koordination durchs Nervensystem. Und das ist eine Sache, die man zum Beispiel Menschen mit Bandscheibenvorfällen, die auch wieder ziemlich gut abgeheilt sind, wo die Schmerzen weg sind, die Ausfälle weg sind, was bei diesen Bandscheibenvorfällen meistens vorhanden bleibt, ist manchmal eine leichte Krampfneigung in der Wadenmuskulatur bei Anstrengung. Und das ist durchaus darauf zurückzuführen, zumindest von der Theorie her, messen kann man das sehr schwer, von der Theorie her darauf zurückzuführen, dass eben die volle Koordination dieser Muskeln in diesen feinen Absprachen noch nicht so ganz gut funktioniert, aber auch über die Zeit wird sich das meistens wieder einstellen. Und so wurde in dieser Studie eben beschrieben, dass die nervliche Anpassung oder die Neural Adaptation auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist dieses Trainings. Also nicht das Muskelwachstum, sondern wie passt hier das Nervensystem an. Und da wir ja wissen, dass im Nervensystem es unglaublich viele Anpassungen gibt, die sich auch übertragen auf andere Gebiete, nämlich nicht nur auf die Muskelaktivität, sondern dann auch auf unsere Denkfähigkeit, auf die Fähigkeit, wie unser Nervensystem vielleicht den Darm steuert, unseren Hormonhaushalt und so weiter und so fort, dann ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiges und super einfaches Werkzeug, was man nutzen kann, um im Alter längerfristig gesund zu bleiben. Und diese Gruppe war zwar in Bewegung, aber sie war jetzt keine unglaublich gesunde Gruppe. 80 Prozent der Menschen hatten eine chronische Erkrankung. Und das wird hier nicht genau definiert, aber es ging sicherlich um Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte, leichte Herzthemen und so weiter. Und die wichtige Erkenntnis für mich aus solchen Studien ist natürlich, dass es sich immer lohnt zu trainieren. Auch wenn vorher im Leben vielleicht kein großes Krafttraining stattgefunden hat, auch wenn Mitte 60, was so das Durchschnittsalter dieser Gruppe war, lohnt es sich absolut anzufangen mit diesem Sport. Denn die sofortigen Effekte sind da auf Sturzhäufigkeit, auf die Fähigkeit, einfach den Tag zu genießen, in dem Bewegung wieder Spaß macht, weil es weiter geht, weiter gelaufen werden kann und so weiter. Und diese Erkenntnis ist natürlich immer ganz wichtig. Also die sofortige Lebensqualität verbessert sich, aber auch die Aussicht für die Zukunft verbessert sich. Und es sind noch weitere Interventionsstufen geplant. Also nach sieben und zehn Jahren soll wieder mal geschaut werden, wie sich diese Dinge auswirken. Aber auf jeden Fall ist die ganz kurze Zusammenfassung der Studienmacher, dass sie sagen, dass in einer Gruppe schon vorher einigermaßen gut beweglicher älterer Menschen dieses Training noch wirklich einen zusätzlichen Nutzen bringt und einen langanhaltenden Effekt bietet auf die Muskelfunktion. Und Muskelfunktion ist eben viel wichtiger als auch noch nur die reine Mechanik. Das habe ich auch schon oft betont, den Begriff der Muskelapotheke mag ich sehr gerne. Alleine der Umfang, die Masse der Muskulatur in unserem Körper und die Tatsache, dass diese Masse Botenstoffe aussendet, wenn sie aktiv ist, und zwar nur wenn sie aktiv ist, dann sollten wir das unbedingt für uns nutzen. Und die Ansprache aller großen Muskelgruppen, wo dieses Training darauf ausgelegt war, ist eben eine ganz wichtige Sache. Wie gesagt, für viele ist schon die Aussicht, ein Jahr lang dreimal die Woche Krafttraining zu machen. Eine Aussicht, die sie nicht mit einem entspannten und angenehmen Leben zusammenbringen. Ich persönlich kann das natürlich nicht so sehen, denn der Aufwand und Nutzen ist hier enorm groß. Die ganze Sache hat ausschließlich positive Nebenwirkungen. Denn ins Fitnessstuhl zu gehen, hat den Vorteil, dass man Leute trifft, dass man tatsächlich Freundschaften macht, dass man hinterher vielleicht auch nochmal in die Sauna geht und andere gesunde Verhaltensweisen anschließt an die ganze Geschichte. Und die weiteren Effekte, wie zum Beispiel die bessere Regulierung des Blutdrucks durch mehr Aktivität und so weiter, wurden hier gar nicht angesprochen. Aber ich bin gespannt auf die weiteren Stufen dieser Studie, nämlich nach sieben und zehn Jahren. Ich werde das auf jeden Fall mal verfolgen und dann in drei Jahren, sprich 2027. Und auch nach zehn Jahren, das wäre dann nochmal drei Jahre, 2030. Da gehöre ich ja nun eindeutig auch schon zu dieser älteren Bevölkerungsgruppe. Ich werde das weiter verfolgen und auf jeden Fall werde ich jetzt direkt mal rübergehen und mal wieder die Langhandel in die Hand nehmen, um genau das umzusetzen, was diese Studie eben auch zeigt. Ich wünsche viel Spaß und ich hoffe, du kannst diese Information nutzen, um deine Gesundheit zu fördern. Und wenn du andere Leute kennst, die davon profitieren könnten, schicke ihnen einfach einen Link zu dieser Folge. Ich würde mich sehr freuen.